Die Firma Quartus Metalltechnik Mit Sitz in Schmidgaden, wir sagen immer im Herzen der Oberpfalz, beschäftigt aktuell ca. 300 Mitarbeiter. Unsere Kernkompetenzen oder Kernfelder sind, wir machen alles über Laser-Einzelteile, über Lasern, Platinenbearbeitung, Umfarmtechnik, Kanten. Und die größte Technologie ist Schweißen mit Handschweißen, Roboterschweißen und Laserschweißen. Der letzte große Hallenbau war im Prinzip die Halle 9, wo wir uns heute befinden, wo auch die Time-Safers, die Grinding-Maschinen stehen und die Absaugung vor Absaugung. Wir haben auch viele Aufträge mit Losgröße 1 oder Edelstahlsachen, die explizit dann, die einfach in der Grinding-Maschine, in der Grinding-Maschine nicht so funktionieren. Das machen wir halt dann am Manual-Grinder oder halt am einzelnen Absaugtisch. Für uns war halt wichtig, eine gute Absaugung zu haben. Immerhin das abgesaugt werden muss, ist ja klar. Wir haben halt dann geschaut, wo ist eine gute Absaugung, wer ist gut am Markt unterwegs. Absaugwerk ist ja ausgezeichnet durch sehr hohe Absaugleistungen und gute Leistungen. Und deswegen haben wir diese Absaugung von Absaugwerk genommen im Komplettpaket mit Time-Safers, mit den Grinding-Master. Das ist ja ein bewährtes Paket. Wir wollen halt eine gesunde Umgebungsluft, Mitarbeiterschutz, staubfrei, möglichst sauber und auch in den Unterhaltskosten halt einigermaßen überschaubar. Und deswegen sind wir da bei Absaugwerk gelandet.